Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema, wie kann ich besser schlafen? Herzlich willkommen, Robert Kaczynski. Gerne reden wir darüber. Ja, grüß dich Daniel. Finde ich auch ein interessantes Thema. Ich habe bis jetzt noch nie was gefunden. Also es gibt ja Menschen, die sehen nur das Bett, legen sich hin und sind schon am Schlafen. Das bin ich. Ja, okay. Und nach fünf Minuten kommt schon das Schnarchen. Ich werde du auch noch. Habe ich. Und dann gibt es halt die Menschen, die haben es schwieriger. Und jetzt gibt es natürlich auch so Ursachen, okay, Stressbelastung, Gedanken, Runterfahren, alles Mögliche. Aber auch wenn man die nicht hat und man ist ja komplett erholt, ist ja auch häufig schon mal die Situation, man hat ja so viel Energie, der Körper will ja eigentlich gar nicht. Genau. Wie schaffe ich es, mich in den Schlafmodus zu versetzen? Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber es ist immer der gleiche Grund, wenn man es gesamtheitlich anschaut. Das heißt, der Tagesrhythmus stimmt mit dem Nachtrhythmus nicht überein. Das heißt, wenn der Sympathikus einfach nicht runterfährt oder der Parasympathikus nicht mehr rauf fährt, wenn eines von beiden nicht mehr geht, dann ist man in einer Dissonanz. Die meisten Leute können ja nicht einschlafen, weil sie zu viele Gedanken haben. Das heißt, sie können nicht von der Überfunktion von ihrem Hirn wieder runterfahren in eine Normal- oder in einer Unterfunktion. Das heißt, sie haben eine Blockade. Wir haben ja viel schon auch von der Heilung und von der Blockade geredet. Also sie sind dann blockiert im infektiven Nervensystem. Und das heißt, sie können ihre Gedanken nicht mehr loslassen. Das hat damit zu tun, dass die Hormone, die Neurotransmitter, stecken bleiben. Das heißt, dass sie an und für sich nicht mehr runterfahren können und ausgleichen mit den Neurotransmittern. Das heißt, bei diesen Menschen müssen wir die Neurotransmitter anschauen, Noradrenalin, Adrenalin etc. Die sind meistens überschießend. Das heißt, das können wir dann entweder homöopathisch oder stoffwechseltechnisch korrigieren, indem wir die andere Seite beeinflussen. Die zweite Kategorie sind die Leute, die nicht mehr in den Parasympathikus kommen können. Das heißt, es ist nicht die Überenergie, die nicht mehr anschaltet, sondern sie können nicht mehr das loslassen im Bereich vom Parasympathikus. Das heißt, der Genussaspekt vom Schlafen, das heißt, der Genussaspekt von der Erholung ist nicht mehr wünschenswert. Es gibt viele Menschen, die denken, wenn sie schlafen, verpassen sie das Leben. Das heißt, die wollen gar nicht schlafen. Das heißt, wir haben da auch eine psychologische Barriere, aber auch wieder eine Hormonbarriere, wo gewisse Hormone, die das fördern, und besonders natürlich die Hirnhormone, die Neurotransmitter, die sind dann zu schwach, um das wieder auszugleichen. Und wir arbeiten dann mit diesen Hormonen. Wir haben zwei Produkte für das. Also wir haben das Formhirn, das ist das Produkt, das Energie gibt. Das geben wir dir statt am Abend am Morgen, oder? Und das umgekehrte, statt, dass wir am Morgen dich beruhigen, beruhigen wir dich am Abend mit dem Formnerv. Also alleine durch diese zwei Sachen haben wir schon energetisch über die Mitochondrien eine Verschiebung. Wenn das nicht reicht, werden wir mit Neurotransmittern arbeiten, haben wir pathischen Neurotransmittern arbeiten. Selbstverständlich, wenn jemand zu uns in die Praxis kommen kann, können wir Gehirnkinesologie machen, wir können Hormonkinesologie machen, alle die Sachen macht meine Frau. Also mit dem können wir das alles ausgleichen. Aber viele Menschen, meine Klienten, sind praktisch alle heute verteilt in der ganzen Welt und schicken ihre Fotos und Protests von sich mit ihren Problemen per Mail. Und deshalb können die dann nicht vorbeikommen. Mit denen arbeite ich dann natürlich mit homöopathischen Neurotransmittern, damit wir das wieder ins Lot bekommen. Ab wann gilt denn eigentlich so, man kann nicht einschlafen? Hast du da so ein paar Minuten, eine halbe Stunde? Ist klar, das ist jetzt wieder eine individuelle Frage, weil es kommt wieder auf deine innere Einstellung drauf an, oder? Wenn du zu denen gehörst, die finden, aber jetzt will ich schlafen und du wirst unruhig, weil du jetzt nicht schlafen kannst, oder? Dann bist du bei der ersten Kategorie, die einfach nicht runterfahren kann und sagt, jetzt schalte weg. Ich will ja auch den Lichtschalter drücken und dann habe ich kein Licht mehr, also will ich jetzt den Schlafschalter drücken. und bei diesen sind schon drei Minuten viel, oder? Und der andere, der legt sich hin und döst weg. Irgendwann mal. Er kann nicht sagen, bin ich nach fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde eingeschlafen. Also das ist individuell. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist, ob es den Klienten stört. Und beim Thema besser einschlafen geht es ja hauptsächlich auch beim besser durchschlafen nachher, dass die Erholung am Morgen da ist. Also eigentlich ist der psychische oder psychologische Effekt in dieser Situation genauso störend wie der eigentliche Effekt, dass man weniger schläft. Wenn man am Morgen aber erholt ist, dann ist das ja alles nicht so wahnsinnig wichtig, dann kann man das ja auch wieder in eine andere Relation stellen. Aber es gibt wirklich Menschen, die schlafen nur noch zwei, drei Stunden pro Nacht. Das ist wenig. Es wird ja in diesem Zusammenhang auch häufig Melatonin eingesetzt. Genau. Wie siehst du das? Also das Melatonin, das ist das sogenannte Schlafhormon, ist testet eigentlich praktisch nie. Das heißt, ich bin dagegen, gegen die Medizin. Ich bin gegen viele Alternativmediziner, die das einfach so generell propagieren. In Amerika wird es zum Beispiel sogar sehr hoch dosiert verkauft. In Deutschland ist es total verboten. Das heißt, es sind alles illegale Bereiche. Das heißt, ich arbeite nicht gern mit Melatonin, weil es eigentlich mehr im Bereich von Serotonin ein Problem ist. Das heißt, wenn wir kein Serotonin produzieren, produzieren wir auch kein Melatonin. Und wenn wir kein Serotonin produzieren, dann haben wir entweder eine Darmentzündung und ein Darmproblem oder wir haben das kombiniert noch zusätzlich mit einem Östrogenproblem, besonders bei den Frauen natürlich, die dann einfach Kynenurin entwickeln, statt dass sie dann Tryptophan herstellen. Ja, da haben wir natürlich dann das Problem, dass wenn kein Serotonin ist, ist kein Melatonin da. Und wir arbeiten sehr gerne in diesem Bereich. Und das ist das Erstaunliche mit Peptiden. Das heißt, wir geben dann ganz spezifische Peptide, die dann nachweise ich auch. Das ist jetzt mal eine Studie, die ich wirklich zuverlässig unterstützen kann, was sehr selten ist, weil ich ja kinesologisch auf das gleiche Resultat komme. Das ist immer sehr selten, dass ich auf das gleiche komme. Und da kann ich sagen, ja, diese Produkte wirken tatsächlich und verbessern tatsächlich die Qualität des Schlafens. Das hat damit zu tun, dass diese Peptide natürlich den ganzen Stoffwechsel natürlich für den Aufbau der Hormone auch besser reguliert. Weil wenn ich Aminosäuren gebe, dann habe ich die Vorstufe. Und wenn die Vorstufe dann Richtung Serotonin nicht richtig verarbeitet wird, habe ich dort schon die Blockade, das heißt, meinen guten Aminosäuren keine guten Tryptophan entstehen. Und deshalb nach drei Jahren noch kein 5-HTP und kein Serotonin und natürlich auch nachher kein Melatonin. Es hat sich also auch gezeigt, dass zum Beispiel beim Runterfahren, die Leute, die nicht runterfahren, die können in der Nacht ihr Cortisolspiegel nicht runterfahren. Das heißt, wir merken auch, dass der Cortisolspiegel dann oben bleibt. Wir merken bei denen, die die Cortisolspiegel oben bleiben, die nicht runterfahren können, dass durch das das HGH nicht draufgehen kann, also das Somatotropin kann nicht wieder ansteigen. Das heißt, wir können die anabole Aufbaukraft des Körpers nicht mehr regulieren. Und wenn wir solche Sachen, wenn wir Peptide im Darm geben, ist das Erstaunliche, dass mit den Peptiden, das heißt, wir haben diese Darmentzündung und diese Problematik immer noch, aber wir geben die nächste Stufe oben drauf. Das heißt, wir haben Zeit, das zu behandeln, weil das eine große Baustelle ist. Und dann können wir mit diesen Peptiden, können wir dann sowohl das HGH wie auch die Bremsung des Cortisols gut beeinflussen. Und die Erfolge sind da erstaunlicherweise wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, die Peptide hast du jetzt auch in deinem Programm? Nein, nicht offiziell. Das sind Sachen, die ich ganz speziell nur, weil ich habe ja nicht extrem jetzt hunderte von Klienten, sondern ich teste es aus, ob sie das brauchen. Weil du musst dir vorstellen, wenn jemand jetzt keine Darmentzündung hat und wenn jemand kein hormonelles als Frau Östrogenproblem hat, dann sollte ja die Serotoninproduktion auch in Ordnung sein. Also da geht es wirklich darum, wenn wir, ich habe jetzt bei der Nanomagnetfeldmatte, die natürlich für Schlafen auch sehr gut ist, habe ich ein eigenes Programm entwickelt, das heißt Serotoninblockade, weil die Serotoninblockade natürlich ganz, ganz wichtig ist im ganzen Stoffwechselproblem, beim Typtophan, wo wir dann wirklich in der Psyche auf der einen Seite, in den Entzündungen auf der anderen Seite, in der ganzen Hormonsituation, einfach überall ein riesen Durcheinander haben. Das habe ich da ein spezielles Programm dafür geschrieben, ja. Wie ist das Feedback deiner Klienten, wenn die die ein oder die andere Methode einschlagen? Können die dann besser einschlafen? Kann man das irgendwie spezialisieren? Ich habe auch ganz, ganz schwere Fälle. Ich habe ja auch schon Sendungen mit Klienten gemacht und das ist immer so, dass es ganz, ganz schwere Fälle gibt, wo dann wirklich nur mit der Nanomagnetfeldmatte noch etwas zu lösen ist. Wir sind ja jetzt in der nächsten Versuchsphase und wir haben jetzt bei der Nanomagnetfeldmatte haben wir sieben Menschen, die jetzt diese austesten. Das sind alles sieben, die nicht mehr schlafen, praktisch gar nicht mehr in der Nacht. Und das sind natürlich die extremsten Fälle. Und wenn ich diese mit der Nanomagnetfeldmatte alleine ohne zusätzliche Therapie, das ist ja die Bedingung, sonst kann ich ja nicht messen, was ich da mache, kann ich dann sagen, was es bringt. Es ist klar, das sind sieben individuelle Fälle, aber trotzdem haben alle sieben mit diesem Thema zu tun, direkt oder indirekt. Sind schon erste Erfolge ersichtlich? Nein, wir sind dran. Im Moment, wo diese Sendung gemacht wird, muss ich sagen, nein, wir sind immer noch in der Testphase. Die Nanomagnetfeldmatte hat bis jetzt überragende Resultate gemacht in allen Tests, die wir bis jetzt haben. Wir sind jetzt in der dritten Phase des Tests und nachher kommt die vierte und letzte und dann kommt es in die Produktion. Und das wird noch in diesem Jahr 2022 sein, werden wir die ersten Matten verkaufen können. Also wir sind wirklich in der Schlussphase. Ja, wunderbar. Was gibt es eigentlich noch zu dem Thema zu sagen? Bist du auf die Nanomagnetfeldmatte? Hast du noch andere Alternativen? Weil, wie gesagt, die kommt ja erst Ende des Jahres. Ah ja, klar. Also im Moment arbeiten wir natürlich mit unseren Stoffwechselprodukten. Wir arbeiten mit der Ernährung. Wenn es um Entgiftung geht, weil wir müssen immer wissen, dass viele Leute nicht schlafen können, weil die Blockade durch Gifte entsteht. Wir haben viele Menschen, die erwachen zwischen zwei und drei Uhr nachts, weil die Leber entgiften muss und zwar übermäßig entgiften muss und das nicht mehr richtig kann. Das sind dann Störungen, die wir auch haben. Und wie ich sage immer, schickt uns ein Porträt. Und wenn ich wirklich sage, okay, nur lösbar mit der Nanomagnetfeldmatte, dann muss er halt warten im Moment noch. Aber in Realität ist es so, dass die Magnetfeldmatte überall unterstützt. Es gibt keinen Stoffwechsel, den sie nicht unterstützen kann. Auf der anderen Seite ist ja die Nanomagnetfeldmatte ein Therapiegerät, aber nicht so, wie wir das heute verstehen. Es ist ja Anabol und nicht Katabol. Und alle Therapiegeräte sind mal primär Katabol und nicht Anabol. Also das heißt, ich kenne praktisch nebst der Repulslampe kein anaboles Gerät. Das wirklich dann das aufbaut, vielleicht im Bereich noch Mikrostromgeräte. Aber sonst sind die meisten Geräte Katapolegeräte. Die versuchen also durch einen Stress, einen anderen Stress wegzumachen. Und deshalb kann ich im Moment einfach nur sagen, lasst es testen und ich gebe euch Bescheid, was wirkt. Es gibt wirklich sehr, sehr schwere Fälle und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass viele schwere Fälle zu mir kommen, weil ich doch hin und wieder Erfolg habe und solche Leute wieder zum Schlafen bringe. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Gut, herzlichen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterbringen. Es gibt nicht eine einzige Lösung zu dem Ganzen, sondern es gibt immer viele. Lassen Sie sich testen und ich werde dann schauen, was ist die beste Lösung für Sie. Besten Dank und auf Wiederschauen.